moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf philus tv es ist wieder so weit eine weitere episode let's play together the forest natürlich wieder mit dabei unser ja wieder kein schimpfwort ein kodiak ist auch dabei wir haben unser kleines hausflößchen gebaut und unsere nächste aufgabe beziehungsweise nach einem erneuten tipp von dem leben sheriff danke dir noch mal dafür bauen wir jetzt ein riesiges fundament in dem see und bauen da unsere base die soll wohl anscheinend dann sehr sicher sein wir werden sehen du tauchst schon oder was machst du da ich glaube schon ich gucke schon weil ich komme ich hier schon mal um ok also ich habe schon mal den stamm schon mal ausgewählt gucken wir uns das spektakle an was er hier treibt das kriege ich nicht hin du da musst du machen da habe ich nicht die nötigen fähigkeiten für ich sammle schon mal bist du hast die fähigkeit meinst du wir hatten gesagt wir waren keine modi witze können wir nicht diese kleine insel die hier eh schon ist ein bisschen mit benutzen und hier ein kleines fundament drauf knallen es sei die frage ob da jetzt so unbedingt keine zombies hinkommen können keine keine mutanten genau war damit was ich mache ich habe ich gehe mal nach oben ich gucke mal eben von oben runter und schau mal wie das da so aussieht dann sage ich dir wo du hinbauen sollst und du kleiner schlumpf ist das dann einfach machen ich wahrscheinlich erstmal hier jetzt würde den tipp geben aufzudenken bringt nix ich klatsche jetzt einfach ich werde jetzt hier ein scheiß fundament hin weil du zum dumm bist ja klatschen mal genau da wo das hausbruchstuhl ist eigentlich optimal was ich ja ich denke mal das ist eigentlich ein ganz guter standort da kann man auf jeden fall ganz gut heizt wieder einer rum wo wo neun uhr neun uhr ok 10 oh ja ich sehe ich glaube der saß in dem rennwagen ich weiß ja nicht welche größte du hier haben willst ich baue jetzt einfach mal du musst mal gucken von oben ob das hier so ungefähr passt ja ich guck mal ich guck mal überhaupt gerade dass ich hier war ich sehe überhaupt nichts von dem was du da bist krass hoch kann er springen ich komme wieder runter und stelle mich mal aufs hausboten und guck von da aus und da kann man mehr sehen sprung ins kühle was waschen uns den schweiß des tages wie sieht das hier denn jetzt aus ich guck mal was ist das denn ich weiß nicht ob das gerade ist oder nicht gerade ich kann das man kann das beim bauen schlecht sehen ja ich glaube dass es gerade sieht ganz gut aus ich glaube hier ist eine kleine ecke aber darauf geschützt oder auch geschützt ja ja dann fangen wir an holz zu holen immer gut dass es gerade dunkel wird jetzt gerade dunkel ja aber wie man den richtigen moment für den start des videos ausgewählt wie immer herzlich willkommen bei hilos tv liebe leute dann haben wir das programm lustig leider gottes drehen wir eben den kahn hier nicht mehr spektakel mal von hier oben eigentlich ganz gut aus ich denke mal so kriegen oder auf jeden fall hin so jetzt paddel dann baut hier du das wird ja hier schon mal wieder anfangen so ein paar bäume weg zu sehen total scheiße aus versuche ich gerade das fenster zu fliegen wie bei realm und das geht das funktioniert ja oder wir nutzen die zeit und erkunden irgendeine höhle wenn es dunkel ist aber an sich ist projekte jetzt erstmal vielleicht genau auf die gebäse richtig und wir brauchen dafür erstmal paar bäume und die bäume können wir auch nachts zählen notfalls haben wir ja hier unser kleines baum häuschen in dem uns verstecken können was der sheriff auch letztes noch zu mir sagte ist wenn man das war auch ein schönes danke das wohl richtig abgehen soll wohl der sperr wenn man den komplett aufrüstet mit knochen und die papo er soll wohl stärker sein als die als die axt mit der wärmer rumrennen beziehungsweise mit der keule obwohl ich die keule nicht ziemlich geil aber auch jetzt wird aber schon ganz schön schnell dunkel zu was wüsstet man den auf also ich hab den ja jetzt schon zu einem verbesserten sperr aufgerüstet ja ich hab den man kann den dann glaube ich mit knochen noch upgrade tuch und knochen ich hab keine also man kann ja auch zu einem aufheizenden verbesserten sperr bauen ich glaube es ist jetzt ist er glaube ich jetzt ist er glaube ich ein feuer sperr ja das kann ich hier noch vergiften aber finde ich jetzt auch nicht so strange ehrlich gesagt haben wir eigentlich irgendwo noch ein knochenlager da sind die knochen aus die müssten aus sein ich brauche jetzt mal hier noch mal kurz ein paar lagerfeuer hin damit wir gegebenenfalls noch mal wieder ja noch so licht ok es ist offiziell dunkel wie einem rattenarsch dann brennen geschwindigkeit es ist einfach nur eine fehler drin ist es ist gewaltig viel dann ist der sperr vielleicht nicht stärker aber zumindest sehr hübscher oh ja ausfallung pflanzen das für pflanzen ok ich habe hier oben auf jeden fall 36 bäume gefällt ja hier ist alles voll mit baum mit baum das ist ein einziges baumchaos mehr sage ich da nicht zu ist aber auch echt dunkel hier dann bringe ich mal karren wo dir das wäre denke ich mal der andere ist auch fast du bist ja der zweite dann hole ich den dann kommen wir erstmal zu mir und den erst mal voll wo ist denn jetzt wo sind jetzt die bäume hallo wo ich jetzt die ganzen bäume gefällt für bäume ja genau das ist ja das ding es gibt keine mehr das heißt wir müssen hier im holz rum legen hier 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 aber hinten war ein stamm ich glaube die mutanten kommen hier nachts her und klaren uns das holz ja jetzt hingelegt hier 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 bei mir ja ich glaube du musst da rumlaufen aber das ist auch noch nicht okay man sollte den karren hier lassen und ich hole das bei den nächsten ja auch mal den nächsten und er ist auch schon das voll wieder auch immer ein bäumchen da schon kommt drauf damit und da ist der kann schon vor allem was ist schon voll er passt ja nur zwölf stämmer drauf ein bisschen lauf wir müssen uns mal ein super karren bauen auf jeden fall trecker wäre ganz cool ja die brauchen auch gar nicht großartig durch die gegend schieben ich sehe hier eh nix ja nee ist klar macht er erst mal hier den stand sein dass du da der komische kam das ist das denn es ist das was wir geschafft ja er hat mich ja ich habe das ding einfach nur geschoben dann habe ich ja gedacht okay ich auch ist das ding zu schieben da hat es dann gemacht was ist das hast du es wieder geschafft ist einfach ein profi ach guck 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 siehst du jetzt ist aber ein bisschen heller hier der mod ist aufgegangen komm also muss aber sagen das haben wir echt geil gemacht was du mit dem modlicht und so das ist ein bisschen heller wird ja fast voll ich habe die letzte stelle hier ja ich dachte das jetzt mit weil du die letzten stämme darauf gepackt dass deswegen wir nicht in richtung ist aber dieses ist ja jetzt nicht mehr von 2 3 4 5 6 das war das mit dem mathe das gemeint ist dass du so gut genau richtig meine spezialität eine feuchte spezialität so jetzt fahr mal vor ich fand ihr hinterher was machst du da bist du hat die exe versucht zu erlegen ja exe du hast auch nicht geschossen war ich würde ich auch niemals was tun warum sollte ich auf dich werfen ich finde das so geil mit diesen karren dass man einfach nicht sieht wo man hin fährt ich habe einen gewaltigen körper ich muss viel essen ich weiß nicht mal wo das wasser ist jetzt gerade ich glaube so ungefähr gehen wir gerade in die richtige richtung du siehst doch du siehst doch quasi ist doch rechts den hammer oder nicht oder siehst du denn ja doch dass dieser riesig roter diesen gantt da ist auch gerade in dem moment hatte ich den auch gesehen und dachte ich mir gehe ich mal in die richtung glaube ich stecke mich schon wieder fest mein gott versenkt versenkt nicht aber ich stecke auf jeden fall fest aber einfach in den stein ich stehe zwischen den hüten ja man dies schon von hier dahin bringen weiß ich habe hier durch komme ich denke nicht ich probiere ich habe ja auch noch ein eimer schiffe versenken frei ich weiß nicht so ich bin drüber geht dann kann die bäume nicht wasser tragen okay dann hole ich mal unser bloß jetzt kann man den karren der darauf schieben weiter sind wir sechs jahre damit beschäftigt das scheiß ding zu bauen ich habe hinter der rante gerade irgendwie ich habe irgendwas gehört aber ich weiß auch nicht was aber wir waren es vor mir da bricht ich so habe ich das nächste im inventory ich hätte noch einen rohnen fisch getroffen ja ist gut gegessen als jetzt wieder dunkel irgendwie war ich vorwärts bewegt mich ich habe keine ahnung ich sehe gar nichts denken hier dunkel wie gesagt dunkel wie einem ratenarsch ist kalt um das baby um ist auch kalt ein kleines feuerchen machen können alle das war eben kurz zum lager gehen nur kurz das essen und ja das habe ich doch gerade gemacht deswegen habe ich gesagt warte moment ich esse eben was hast du denn derzeit gemacht und snack gegessen ich habe ein essen dabei ich bin besser vorbereitet dazu bin schon sagt ja gut trotzdem scheiße vorbereitet ich habe gegner gefunden hallo ich habe ganz viele gegner gefunden ja ich bin auf dem wasser wenn du mich brauchst im weg oder schreiten hinterher oder schreiten auch hinterher tschüss 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 schön warm hier mhh ist das schön da trinke ich mir erstmal eine cola ich glaube das überlebe ich nicht es sind richtig viele gegner gerade um mich rum warum kommst du nicht hierhin ist zu dumm der jungen sind zu viele verprügeln sich hier schon gegenseitig weil zu viele sind also hier habe ich es schön wirklich war ich habe ich habe meinen wenn es bald irgendwie sind dumm bin ich auf grund gelaufen denke denn jetzt hier sind so viele gegner dieses scheiß ding nicht gerade noch mal ins lager gekommen erst mal feuer machen ich verstehe es nicht was das ding hier ja aber was genau verstehst du nicht ich meine dass du das nicht verstehst ist mir klar aber man kann dieses floß hier nicht mehr lenken dieses hausboot dieses kleine hier wenn ich so ist egal was ich drücke w a s und d da dreht er sich halt im kreis aber das bringt mich ja nicht vor oder wie soll ich mal wieder irgendein boss das hier für eine scheiße schon wieder ich helfe gleich flasche ich helfe gleich naja klar dass du so und dann dass du mich hier wieder gesteckt ich muss ich nur gerade mal kurz verstecken ich brauche so lange man muss ok da draußen noch du solange bis es hell wird weil die hier vorne bei stehen und darauf warten dass ich rauskomme und das sind eine ganze menge die auch mit welcher bist du denn jetzt in unserer steine base also da wo immer viel los ist genau wieso bist du denn auch in die base gerannt ich habe mich verlaufen es sind so viele was ich in der zeit noch kräftigen bringen stoff die zeug von dem stock machen eine waffe ich verteile erst mal ein paar headshots ok die ki vor der base ist nicht besonders schlau ich denke die passen sich dem menschlichen der menschlichen lebens an jeder gerade jetzt habe ich ein problem mit diesem bein was war das für ein sound aus dem was repariert ja das hört man bis hier ist auch so geil also ich glaube wir haben irgendwie dieses schiff hier auf grund gesetzt man kann es nicht mehr wegen also es fährt sich nur noch man kann es nur noch im kreis fahren ist irgendwie optimal gerade ok jetzt glaube ich zu dir kannst du mal körper mitbringen ich bringe ganz viele körper mit die laufen wir hinterher ok ich komme jetzt entgegen mein gott alles das gefühl dass ich hier gleich irgendwo runter falle ich sehe gar nix müssen wir gleich noch im floß bauen genug weiter dagegen ja komm her ja komm her du schlampe ja komm her oh nicht wer das licht aus ist ich kann ja da oben ist auch noch irgendwo so ein langer bastard dass sie mal eben jagen der hat nämlich unsere rüstung dabei der da auch schon dann eine ganze menge feine von mir gefressen ja ich habe hier noch eine terror schildkröte die muss ich auch kurz erledigt die hat mich ja auf jeden fall wo ist das ding jetzt das abgehauen der bastard oder was für einen lappen aber schön auch bei mir ich habe hier den dicken mit den langen armen mit den vielen armen ja ich habe ihn gesehen bitte mal kurz gollum ja auch das ich spiele hier weiter mit fallen kannst du jetzt mal sterben oder was endlich hast du gollum den obergollum habe ich die panzer umgezogen also schöne mauer kaputt gemacht ja ich sag ich glaube noch mal was es wird hell ja ich gucke hier noch mal kurz dass ich hier noch mal ein paar arme zurecht mache kann man sich auch mit der kettensäge machen wenn wir da was oder wen du sagst doch nichts ne das ist gut man kann die leider nicht mit der kettensäge zerteile natürlich schade recht programmiert direkt an den entwickler schreiben haben wir denn da noch knochen nenne müssen wir auf jeden fall wieder für nachschub so ja also vielleicht hat mir jetzt wenn es hell wird schon mal eben kurz anfangen die ja hast ja recht das zerhacken und zerteilen für die menschen hier das hier so ein big boss ist schon vom scheiß drauf weiter geht es weiter geht es weiter geht es sieht aber auch strange aus oder so eine ganze menge guckt ja mal da was hinter uns her läuft da wollte prüge oder was aber jetzt das ist bauen okay wir bauen tschüss wir kommen später wieder jetzt kannst du einfach versuchen die sonne zeigte mal wieder zu fahren ja hatten wir erstmal den kollegen mit also du hast gedacht mit den baumstäben kann man nicht schwimmen also das ding konnte ich nicht mehr bewegen das boot ist kann konnte ich jetzt gerade noch im kreis verstanden du bist schlecht ich sehe nur nix zack das war der insel ich hab's nicht drauf keine angst wird nicht gezeigt ich bin dabei ich bin kein lkw fahrer anscheinend ja schon so wissen wir jetzt kann man das ding jetzt komm du darfst das ding da drauf lenken als ob doch ich muss das ich hallo ich bin der wie hier der der kameramann nicht nur so drauf so kommt jetzt drauf hier doch so was von in die buchse also es steht jetzt drauf nein 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 ich trage die baumstäbe einzeln drauf da dauert ja ewigkeit bis wir da 120 da kann man die sind im wasser scheiße das klappt ja hier super der profis am werk da muss einer fahren und einer was lenkt er kommen wir müssen uns hier ein stück bauen die müssen wir nach irgendwie abreißen oder so kack ich fahr da jetzt nicht bis dahinten jedes mal mit das entsteht aber da drüben bau nicht hier hier ist doch dann da bei den hütten da dass man davon daraus zu insel kommt man könnte natürlich jetzt auch eine plattform quasi hier bauen ans wasser zwischen die beiden hier also hier wo ich jetzt hinlaufe da brauchst du eine plattform dann springst du auch die insel dann kannst du die baumstäbe dahin bringen verstehst was meine hier ja 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 das stimmt das können wir machen ich bin beim kurz den karren hier noch ein stück weiter ja liebe leute ihr seht schon wie professionell hier gearbeitet wird wir haben auch schon wieder das ende dieser folge erreicht weil sie irgendwas zu unseren fähigkeiten des baums zu sagen habt lasst uns gerne wissen also menschen danke fürs zuschauen hat euch gefallen lassen kostenloses abo gerne da und wir sehen uns bei der nächsten folge bis dahin ich suche übrigens immer noch einen neuen youtube partner ciao